Ich muss heute wieder zu dir sprechen. Es haben weder die Babykatzen noch die Welpen geholfen. Was kann mir helfen? Nimm Baby-Igel. Das wird dir helfen, Sascha. So ein Feini, Digga. Heute ist wieder soweit. Ich kann nicht glauben, dass die Leute auf Instagram wirklich dafür gestimmt haben. Nachdem wir letztes Jahr nicht erschrecken gedreht haben, drehen wir es jetzt dieses Jahr wieder. Eine ganz normale Nase. Luca hat mir noch gesagt, dass er auch dieses Jahr jedem empfiehlt, der jetzt dieses Video schaut, auf Fullscreen das Ganze anzuschauen und mit Kopfhörern, dass man die ganze Experience mitnehmen kann, weil es ja auch jetzt so wichtig sein wird. Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Clip. Let's go. Das war's. Das war der Clip. Also ganz ehrlich, Luca, ey, da können wir ja keine Ahnung. Gleich uns Babyaffen anschauen oder so. Horror Camp. Horror Camp. Horror Camp. Okay. Okay, scheiß drauf. Scheiß. Scheiß auf das Video. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich das Horror Camp nicht überstehen werde. South Camp. South. Dieses Video drehen wir vor dem Horror Camp. Wenn es jetzt schon so ist, wie soll es dann im Horror Camp sein? Oh nein. Oh nein, kein Clown. Warum jetzt ein Clown? Wirklich? Der Aufbau dafür? Bro, der war so schlecht. Ich weiß nicht, was schlechter ist. Meine Videos oder dieser Clip? Leute, das war keine ernsthafte Frage, die man jetzt in den Kommentaren beantworten muss. Ich glaube, ich bin einfach in nicht erschrecken. Müll. Einfach nur Müll. I want to sing a song. Just for you. Cause you're my special friend. So unnötig. Dieses Video ist einfach so unnötig. Jesus Christ. Oh mein Gott. Können wir bitte ganz kurz zum Runterkommen? Keine Ahnung. Irgendwas aus der Tierwelt kurz sehen? Korrekt. Danke. Ja, da müssen mal die Lights gefixt werden. Klassische Amongas-Runde. Klassische Amongas-Runde für den Arsch, Mann. Und an der Stelle bin ich da mal wieder komplett raus. Ich habe doch, Luca, gesagt, dass ich mich nicht einmal erschrecken werde. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr euch auch erschrecken musstet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls ihr meinen Kanal und SympathischTV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Reden ist Gold.